Moin Leute, heute ist Braddus hier und ich spiele gegen Brada. Keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, aber der hat Chao Kahn, ich habe Jackie und los geht's. Ich habe fast gewonnen, aber leider hat er nicht einmal gewonnen und das zweite Mal. Und tatsächlich war er noch so frech, dass er noch am Ende des Battles noch ein Brutality gemacht hat. Und das verzeihen wir ihm nicht, deswegen gehe ich ein bisschen vorwärts und zeige euch, dass ich ihn auch ein bisschen disrespektiert habe. Okay, wir geben ihm Mercy, aber ich habe schon verkackt. Und nochmal, und wir haben Crushing Blow und nochmal. So schnell ist die Sache, Lady. Wenn ihr wollt, ganze Videos sehen, wie wir gekämpft haben, Daumen hoch.